Ähm, Charles. Auf die Jagd könnten wir wirklich mal gehen. Oh. Oh, der hätte ein schönes Gewehr. Ja, auch wenn ich wahrscheinlich nicht so viel auf die Jagd gehen werde, aber... Charles! Was? Äh, Busse. Kann ich nicht mal einen Gnadenschuss verpassen. Entschuldigung. Hm, ich hab zwar dreimal daneben geschossen. Ich kann ihn irgendwie grad nicht häuten. Hm. Charles, hast du... Hast du noch Platz? Ich weiß nicht, ob das auf mein... Das passt noch auf? Okay, let's go. Ja, wenn du meinst, dass du noch aufpasst. Da sind Pferde! Wilde Pferde! Wilde Pferde! Wilde Pferde! Ups! Ähm, tut mir leid, Pferde! Ähm, wir müssen weiter. Oder... Oder auch nicht. Da stand was mit untersuchen. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Familie. Ich habe eine Familie. Ich habe keine Antworten. Ja, wir sind die besseren Feuerspezialisten. Oh, was zur Hölle machst du? Warum bist du die Bison und sie in der Rot? Ich weiß nicht, was du sprachst. Verdammt, erzähl uns, du bist tot. Oh, okay. Wir wurden bezahlt, um so viele zu töten, wie wir können. Und es sahen, als es Indien waren. Just töten, Arthur. Nein. Bitte, nicht töten mich. Ich bitte dich. Na klar. All right. Ich gehe weg! Just... Don't... Don't shoot me, Mr. I got a family! And run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now, what happens to Poacher. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see, if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. Ich will den nicht aufheben. Nein, lass den liegen. Genau, plünder den mal bitte. Raubtierköder. Ablegen, Wolkenne. Ach, das ist dazwischenreden. Äh, nö, wozu sollte ich den austauschen? Wenn ich den Kautabak. Pferdewicke habe ich genügend. Brot, was auch immer. Ach, Brotkanten. Gut, dann gib mal her. Dokument untersuchen. Poison Thrown Knife. Aha. Oh. Mhm. Mhm, 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 mhm.